Hallöchen Leute, Willkommen zurück zum weiteren Video. Heute schauen wir uns das Video an. Mini-Encanto-Recap-Cartoon. Hashtag Shorts, das Video soll ich mir anschauen, wurde empfohlen. Encanto ist noch ein Film, finde ich, mega fair. War gar nicht, war voll überrascht. Ich habe den Film geguckt, das so, Disney-Film. Okay, aber war voll nice. Deswegen, let's go. Reine, gut, meistens Disney-Filme nice, also, soll ich da sagen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr sowas wollt. Let's go. Starten Sie. Ja, alles glücklich. Und dann? Sie nicht mehr. Miralein! Genau so war's. Aber was ich auch krass finde, dass sie auf dem Foto sie vergessen haben, das fand ich richtig asozial. Dass sie das Familienfoto machen wollten und einfach gesagt haben, nö, du kommst, du bist nicht drauf. Fand ich richtig asozial. Yo! Bruno! No, yo! Er hat zwar gar nicht selbst gesungen, ist auch ein Fehler hier. Abuela! Abuela! Oma! Und tot ist sie. Na! Oma ist tot! Alle haben ihn gebracht. Das fand ich Ehre von der Oma. Hey, nobody get on it, nobody get on it! Das ist so top zusammengefasst. Oh, das war der von Dings. Wir reparieren's. Achso. Das war der von Dings. Der von, ähm, wie heißt er? Von, ähm, na, von dem Film Ralf Reichs, genau, der repariert. Ich repariere's. Fix it Felix, genau. Fix it Felix war's ja. Oh, das hat's nicht bestellt, oder? Ja. Das war so klar. Das war so erwartbar. So erwartbar war das mit dem Platzen. Das hab ich so geahnt. Bäh! Wie die, wie die Frau vorhin mit den Oberschenkeln. Das war's, ey! Bestes Ende, Happy End! Nice, Leute. Wenn ihr mehr solche kurzen Videos habt, dann lasst ein paar Wunder. Ciao! Beste Video. Yo, ich bin ein Profi. Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody. Und ich mach all wieder Musik. Ist ja nicht so, als hätt ich's schon gemacht. Denn yo.